Wir präsentieren die innovativen iGrill-Produkte von Weber. Eine Reihe moderner Thermometer für den Einsatz mit der kostenlosen iGrill-App von Weber auf deinem Smartphone. Du kannst entweder einen einzigen Fühler oder bis zu vier Fühler mit deinem iGrill verbinden, um gleichzeitig verschiedenes Grillgut zu überwachen. Nur ein paar einfache Einstellungen sind nötig. Wähle einfach dein Grillgut und die gewünschte Garstufe aus. Nun kannst du die Temperatur deines Grillguts direkt auf deinem Smartphone überwachen. Wenn das Grillgut fertig ist, wirst du vom iGrill benachrichtigt. So servierst du immer das perfekte Grillergebnis. iGrill – jetzt überall erhältlich.